hallo und herzlich willkommen zu der neuen folge age of empire mit mir der emmy und wir haben am letzten mal die runde abgeschlossen die folge war etwas länger gewesen wir haben den handel die mission handel haben wir abgeschlossen und wir wollen jetzt religion machen die ägyptische kultur blüht auf und die bevölkerung wächst um der verwaltung des königreiches und den göttern zu dienen wurden neue berufsstände eingeführt schreiber und priester unterstützen den pharao in seinem umgang mit dem militär den menschen und den göttern diese neuen spezialisten gewannen schnell an bedeutung und wurden überlebenswichtig für die ägyptische zivilisation im norden westlich des nildeltas haben speer libysche brandschatze entdeckt die sich einer der heiligsten städten ägyptens nähern heliopolis das zu ehren des sonnengottes ra erbaut wurde als der hohe priester des hauptempels der stadt und als armeescheibe des pharaos wird ihnen befohlen diese räuber um jeden preis zu stoppen die priester der stadt haben ihre dienste angeboten um die armee zu unterstützen sie müssen jedoch vorsicht walten lassen denn die libier führen eine belagerungsmaschine mit sich um die stadtmauern zu zerstören diese maschine könnte unserer eigenen armee sehr nützlich sein also hat ihnen der pharao befohlen die steinwurfmaschine zu erobern anstatt sie zu vernichten und sie in das stadtzentrum von heliopolis zu bringen unsere ziele ist erobern also bekehren sie die steinwurfmaschine und bringen sie diese in das stadtzentrum das bedeutet jetzt kommt wieder eine neue sache und die probieren wir jetzt mal aus genau das sieht jetzt etwas anders aus wir haben jetzt hier ein dorfbewohner den lassen wir sofort so was kannst du machst mal stein du machst holz und nein du was machst du denn du machst auch mal hier hier sowas da oder ne du baust direkt mal sowas an und wir haben schon die ersten haben wir kämpfer haben wir kämpfer nein wir haben keine kämpfer aber wir haben schon bogenschützen kaserne so kaserne und wir machen einen bogenschützen direkt um unsere leute zu verteidigen weil wir sehen libysche räuber machen sie hier gerade breit und hier hier ist unser priester wir bekehren ihn wenn er sich bekehren lässt er darf nicht sterben wir haben ihn bekehrt können ihn noch bekehren können wir nicht nicht genug glauben und die bekehrung durchzuführen heilen heilen geht nicht wir haben nicht genug glauben wo steht denn der glaube ach hier ne das hier ist es oh nein nein wenn der stirbt ist alles im arisch wollte ich gerade sagen oder wir brauchen einen neuen priester und das ist 125 gold wird das jetzt hergestellt ja so wir haben jetzt ein paar kämpfer wenigstens ne so bringt das nichts äh wir brauchen noch dorfbewohner wo haben wir denn unsere dorfmitte hier okay wir brauchen mehr kämpfer wir brauchen mehr verteidigung na kommt jetzt greift ihn doch mal an da so ist einer von uns gestorben näher ja was machen wir jetzt wir lassen mal einen da den anderen mal hier und einmal hier ich weiß verteilen ist schlecht aber du bist auch nicht mehr der jünger der tollste hier schwierig schwierig was wollte ich jetzt ich wollte noch mehr nahrung ne machen wir hier hinten hin okay das wird schon irgendwie wird das schon gehen und wir haben jetzt ein priester so tempel priester bewegt sich 40 prozent schneller lebenspunkte für priester verdoppelt das kostet alles gold bekehrung und heilung sind effektiver ja und das ist halt eben noch ein priester aber unser gold ist gerade erschöpft also das heißt wir haben ja wir haben gold hinausgeworfen für noch ein priester so genau jetzt haben wir noch ein bisschen so wir haben hier einen kurzschwertkämpfer aber da brauchen wir auch wieder gold für haben wir nicht weil ne priester und so ne nicht genug nahrung natürlich nicht so haben wir noch einen dorfbewohner können wir auch noch nicht machen ja die müssen der muss dafür echt total weit laufen das ist natürlich blöd ne aber gut so okay wo kam jetzt hier was raus so marktplatz wir haben immer noch liefere steinwerfer zum markierten obere steinwerfer ja gut dafür müssen wir erstmal da hinkommen wo wir hinkommen so machen wir das hier nahrung mal ein bisschen mit so kämpfer haben wir jetzt wieder den ein oder anderen so na hier boah guck mal wie viel verbessert den bogen ne machen jetzt noch einen bogenschütze und ja ein stein jetzt reicht könnten wir dann moment wo ist der kornspeicher hier jetzt machen wir ja 120 ja jetzt machen wir den abwehrturm oder können wir den turm können wir noch nicht doch wir können einen turm bauen für 150 stein so sollen wir den hier hin bauen dass die direkt alle abgeschossen werden ja machen wir machen wir sofort direkt das ist eine super idee noch ein dorfbewohner unsere kämpfer sind jetzt alle verteilt und ich habe irgendwie das gefühl dass sie gar nicht mehr werden aber gut so hier läuft auch noch alles was ist das ach so die ah guck mal schuppenpanns aber brauchen wir auch wieder gold für ja braucht alles gold so ein mist so hier kann man nichts verbessern hier könnte man aber das ist wow viel so aber wir können entweder noch hier einen achskämpfer machen oder noch einen bogenschütze die bogenschütze sind eigentlich ziemlich gut äh nahrung ne nahrung wir brauchen nahrung äh packen wir mal hier so naja auch wieder so weit weg ne vom kornspeicher aber egal wir hätten das hier hin bauen müssen egal so wir haben jetzt den ersten turm 150 stein wir können noch einen turm bauen den würde ich sagen bauen wir mal hier hin da ist die belagerungsmaschine da ist die belagerungsmaschine jetzt bekehren wir na komm erstmal hier her gelaufen da war die belagerungsmaschine habt ihr gesehen das ist das einzige was wir jetzt hier boah hat der ne reichweite guckt euch das an wenn der los läuft hat der ne reichweite jetzt eigentlich müsste ich den beschützen ne ha ich hab doch gerade diese belagerungsdingens gesehen da war doch gerade die belagerungsmaschine wo ist denn die hin die war doch gerade noch hier die kann hier ach die ist bestimmt nach oben durch ne hier oben durch oder die kann doch nicht durch die bäume ne egal egal so dann geht der wieder zurück einen untätigen haben wir so was was machst du nee 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 wir brauchen noch holz und moment was ist das marktplatz entweder müssen wir hier dann machen wir hier so jetzt haben die hier eine lagergrube warum ist diese maschine die war doch gerade hier wo ist die ach komm wir machen die mal eben kaputt mit unseren männern ja der hier tut das auch immer sehr schön direkt so eine lagergrube vor unserem platz hier das geht mal gar nicht ja das geht mal überhaupt nicht so ich muss mal gucken die war gerade hier gewesen diese blöde belagerungsmaschine nur weil mein priester nicht schnell genug ist nicht ich sondern mein priester ist nicht schnell genug gewesen so die machen noch kaputt die wir machen nochmal zwei dorfbewohner und ach schwert geht nicht weil wir gold brauchen davon zwei und manchmal ja gut hätten wir jetzt machen können aber gut so ja komm zack so ich muss immer hier beobachten ob diese maschine hier wieder ist das ist das war doch blöd wir müssen auf jeden fall dann irgendwann losgehen mit diesem so weit weg sind wir von den libyschen räubern gar nicht mal kurz gucken mal hier mal ein bisschen mehr sehen können aha ja gut das ist blöd weil die laufen genauso schnell wie wir oh kaserne ne komm ich will die eigentlich nicht verlieren oh stopp wir müssen zurück wir müssen zurück ich hab doch hier ach das ist ach okay 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 das lassen wir nicht zu dass hier jemand unser unser stein abbaut absolut nein absolut und wir müssen auch diese belagerungsmaschine finden die war gerade da oben an der ecke wir hätten sie nur bekehren müssen oh so genau ihr habt jetzt nichts mehr zu tun wir brauchen nahrung auf jeden fall brauchen wir nahrung so haben wir hier noch eine nahrung können wir noch machen und du was machst du können wir noch was bauen was uns irgendwie weiterhilft ist eigentlich hier haben wir fische hier sind ganz viele fische für nahrung das heißt er kann jemand haben hafen bauen nicht genug holz ja da brauchen wir eigentlich nur jemand der holz hat so okay so hier kommt keiner hin wieder zurück okay 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 das läuft doch eigentlich ganz okay unsere kämpfer wir haben so wenig kämpfer ne hier sind noch zwei okay ja jetzt haben wir ein bisschen moment wir machen die bögen besser auf jeden fall machen wir die bögen besser damit die mehr anrichten und dann hätten wir noch einen platz für einen kämpfer und dann lassen wir die mal wir brauchen eigentlich mal so einen hafen ne haben wir gesagt wo war denn der hafen da 100 holz haben wir genau jetzt genau du baust da einen hafen hin ich hoffe die lassen uns den hafen da auch stehen da oben ist wieder ein roter punkt das gibt es doch wohl nicht geht doch wir brauchen hier unbedingt ein turm aber der turm der kostet wieder was so dann machen wir noch einen hier fängt schon wieder einer an was zu bauen gibt es doch nicht ich baue eine fischerhütte dann läuft das auch das ganze mit dem ähm fischerhütte sag ich schon fischerboot dann läuft das ganze mit der nahrung auch etwas besser so wir haben noch einen der doof rum steht noch mal ein bisschen holz dann kommt da noch einer so hier machen wir jetzt 50 holz haben wir um hier nahrung zu sammeln so jetzt läuft das mit dem mit dem futter ein bisschen besser so toll und stark ist der beobachtungsturm auch nicht hier sei denn wir machen ein upgrade auf abwehrturm und das war beim korn warum auch immer beim korn speicher ich hab keine ahnung keine ahnung ja wir machen upgrade so du machst hier fische oh hier ist gold hier ist gold moment haben wir noch ein ja du machst gold ein tempel ah ja die können glaube ich auch unsere ok wir machen nehmen wir einfach mal die hier mit nein du machst kein tempel akademie gut dann macht ihr erstmal den da das da weg so das hier weg natürlich die behindern sich alle gegenseitig der hier muss weg ist das jetzt ein abwehrturm ja macht der mehr schaden ja die behindern sich alle gegenseitig beim laufen so fische holz da hinten ist auch alles nur hier ist schon so viel abgeschlachtet worden hammer so wir müssen ein ohr guck mal an hier und hier ist auch wieder was los die wollen hier abbauen stein abbauen gibt es ja wohl nicht ok wir sollten da langsam mal einfahren 15 gold haben wir das heißt einen schwertkämpfer können wir machen und hier ah 20 gold zwei bogenschützen naja warten bitte ah shit da oben ist im moment nichts los wissen wir was wir machen jetzt hier kurzschwertkämpfer kommst du mal mit hier hin oh je oh je warum bauen die sich bei mir auf ich brauche die Belagerungsmaschine so wir gehen da jetzt hin so jetzt machen wir hiervon noch so läuft doch nein ihr bleibt schön hier wer bist du Dorfbewohner mach mal Gold äh nein ihr kommt hier schön hin da ist die Belagerungsmaschine so Priester du kannst auch ein bisschen schneller laufen wir haben nämlich ein Problem wir wollen die nicht zerstören ok ok jetzt müssen wir uns beeilen so jetzt komm schneller weil der macht uns nämlich kaputt wie ist sie äh Priester wo bist du er hat uns den Priester kaputt gemacht nein und wir haben kein Gold mehr wir brauchen Gold wie ist das jetzt hier das ist nämlich ein Stall da kommen nämlich auch noch Sachen raus wir brauchen einen neuen Tempel äh neuen Priester der kostet 125 Gold nein das heißt doch wir kacken doch wieder ab Dorfbewohner ja die machen uns jetzt alles hier platt wir brauchen neun ne komm ich fang das jetzt nochmal an oder ja ich fang es nochmal an aber in einer nächsten Folge wieder verkackt oh Gott das ist so schlimm aber es macht total Bock und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei wenn wir das Ganze hier nochmal versuchen und ich hoffe wir verlieren unseren Priester nicht wieder also danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge ciao ciao bis zur nächsten Mal bei der 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 nächsten Mal bei